Liebe Geschwister, Imam al-Razali, Allah möge mit ihm zufrieden sein, er sagte, dass der Mu'min sich innerhalb von drei Zuständen befindet. Zuallererst, er trifft Vorkehrungen für das Jenseits. Wenn er dies nicht tut, dann versucht er seine Lage in Diesseits zu verbessern. Schule und Arbeit und fleißig sein, was reparieren, was Gutes kaufen etc. Und wenn er in dieser Tätigkeit nicht beschäftigt ist, dann befindet er sich in einem erlaubten Vergnügen. Und warum dieses erlaubte Vergnügen nicht an und für sich, weil es einen eigentlichen Wert besitzen würde? Nein. Denn in Diesseits hat das Vergnügen keinen eigentlichen Wert. Aber es erfüllt einen Zweck, nämlich dass die schwache Natur des Menschen dann wieder dafür erfrischt wird, den eigentlichen Pflichten nachzugehen. Das heißt, der Kreislauf fängt dann wieder von vorne an. Wir treffen Vorkehrungen für das Jenseits. Wir verbessern unsere Lage im Diesseits. Und wenn wir etwas erschöpft sind, wie Allah Ta'ala im Koran auch festhält, der Mensch ist schwach erschaffen, das heißt, er braucht ein wenig Zeitvertreib, so sucht er diesen dann in dem, was Allah Ta'ala erlaubt hat, mit der richtigen Absicht, sich wieder zu erfrischen. Und wir sind in einer Phase, wo jedes dieser drei Ziele uns begegnen wird. Zum einen hat die Schule wieder angefangen, das Semester steht bevor, das nächste. Und so sind die meisten unter uns damit beschäftigt, dass sie das nächste Semester, das nächste Schuljahr bessere Noten, mehr Wissen, mehr Gewissheit in Bezug auf den Berufswunsch etc. erlangen. Und wir haben die nächsten Tage natürlich auch unsere Feiertage, an denen wir feiern. Das große Fest steht bevor. Und wir befinden uns jetzt bereits in besonderen Tagen. Doch zuvor, liebe Geschwister, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, in einem Hadith, der bei Imam Ahmad festgehalten wurde und der authentisch ist, Das Herz, sprach der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, hat seinen Namen, Al-Qolb in der arabischen Sprache, hat seinen Namen bekommen durch sein Drehen und Wenden. Das Herz ist also ständig in Bewegung. Und er sagte, das Gleichnis des Herzens ist, wie das einer Feder an einem Baumstamm, welche herumgewirbelt wird vom Wind. So ist unser Herz. Wir sind sehr sprunghaft. Wir sind mal so drauf, mal so drauf. Deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, die Aufwinde vom Schicksal, die Aufwinde von der Bestimmung Allah Ta'alas mitzunehmen, denn das Leben kennt auch andere Zeiten. Allah Ta'ala hat auch Prüfungen für uns vorgesehen. Und wir befinden uns gerade in einer solchen Aufwindszeit, in einer Saison, die Allah Ta'ala bestimmt hat, denn der Prophet sprach, sallallahu alaihi wa sallam, Allahs Segen und Frieden sei mit ihm, er sprach, dass die die zehn Tage des Dhul-Hijjah, innerhalb derer wir uns jetzt befinden, wir befinden uns im Monat Dhul-Hijjah, in den ersten zehn Tagen, dass diese zehn Tage die besten Tage sind, die Allah Ta'ala erschaffen hat. Als Pendant zu den zehn Nächten des Ramadan, zu den zehn letzten Nächten des Ramadan, liebe Geschwister, hat Allah Ta'ala diese zehn Tage erschaffen. Und die rechtschaffenen Werke sind ihm an keinen Tagen lieber als innerhalb dieser zehn Tage. Und der Prophet gab uns mit, sallallahu alaihi wa sallam, dass wir uns mit Dikr verhelfen mögen zu diesen rechtschaffenen Tagen, dass wir la ilaha illallah häufig sprechen mögen, dass wir Allahu Akbar häufig sprechen mögen und dass wir alhamdulillah häufig sprechen mögen. Eine besondere Saison also, innerhalb derer wir uns befinden. Und wir müssen einander daran erinnern, liebe Geschwister. Wir gehen raus und was sagt uns die Gesellschaft? Schlussverkauf hier und nicht muslimische Feiertage dort und irgendwelche große Ereignisse etc., die für uns kleine Ereignisse sind oder keine Ereignisse sind. Aber wodurch können wir spüren, dass wir uns in den ersten zehn Tagen des Duhal-Hedja befinden, wenn nicht durch unsere gegenseitige Erinnerung? Wir müssen diese Tage, liebe Geschwister, das Bewusstsein bezüglich dieser Tage zum Leben erwecken. Ich möchte als Leitfaden für diese zehn Tage vier Lektionen für uns erarbeiten, für mich zuallererst, aufbauend auf eine Begebenheit auf zwei Personen, die eng auch mit diesen Tagen verwoben sind. Allah Ta'ala sagt im Koran, Surat al-Baqarah, Vers 127, Und gedenkt, als Ibrahim die Grundmauern des Hauses errichtete und Ismail, und dann sprachen sie, O unser Herr, nimm von uns an, O unser Herr, nimm von uns an, denn du bist der Hörende, der Wissende. Liebe Geschwister, in diesem Vers sind vier große Lektionen für uns. Zum einen, liebe Geschwister, Ibrahim a.s. und Ismail a.s., sie haben wortwörtlich etwas hinterlassen. Sie sind in den Dienst der Gemeinde getreten. Und der Prophet sprach, sallallahu a.s.w., dass die Taten aufhören mit dem Tod, außer eine fortwährende Spende. Eine Investition, liebe Geschwister, von der andere nach uns profitieren. Und nützliches Wissen, das man hinterlässt und rechtschaffende Nachkommen, die für einen bitten. Was werden wir hinterlassen? Wo ist unser Anteil an der Entwicklung der muslimischen Gemeinde in Deutschland? Vor ein paar Tagen gab es eine schicksalshafte Begegnung und wenn ich das Wort zufällig verwende, dann im eigentlichen Sinne, dass das zugefallen ist vom Schicksal. Ja, ist auch eine der ursprünglichen Wortbedeutungen, ja, nämlich mit Gott auch verknüpft. Der Zufall, das, was einem von Gott zufällt. Ich habe eine solche schicksalshafte, in dem Sinne eine zufällige Begegnung gehabt. Und er sagt, assalamu alaikum, wie geht's dir? Und dann sagt er, was macht so und so? Ja, und er fragte mich nach einem Freund, der ein islamwissenschaftliches Studium abgeschlossen hat. Ich möchte jetzt nicht sagen, von welcher Universität, weil ich möchte nicht seine Privatsphäre ausbreiten. Weil es eine persönliche Geschichte ist. Und ich sagte ihm, er ist jetzt dort und dort arbeiten. Ich war überrascht. Warum ist er dort arbeiten? Und die Zeit war irgendwie knapp und ich hatte keine Lust auf Diplomatie. Ich habe gesagt, weil wir zu wenig zahlen. Ja? Der Bruder ist von Ehrenamt zu Ehrenamt zu Ehrenamt zu Ehrenamt zu Ehrenamt gegangen und hat die muslimische Gemeinde, von dem, was ich weiß, ja, und ich will nicht so sehr ins Detail gehen, lange Zeit unterstützt. Lange, 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 lange Zeit unterstützt. Ich will nicht so sehr ins Detail gehen, weil einige von euch kennen mich und kennen meine Freunde und am Ende habe ich, wie gesagt, über eine Sache erzählt, über die er nicht sich freuen würde. Ja? Das heißt, wo sind wir mit der Entwicklung der muslimischen Gemeinde? Das heißt, wir haben jemanden, der spricht sehr gut Deutsch, der ist in unserem Alter, ja, jugendlich in dem Sinne, ja, und kennt die Gesellschaft. Wir haben doch immer diese Diskussion über den Imam und welche Voraussetzungen er zu erfüllen hat, etc. Ja? Wenn wir solche Menschen, ja, die, ich beneide ihn, ja, ich hoffe nur im positiven Sinne, aber ich bin nicht sicher davor, ja, weil das, was er hat, ist etwas Großartiges. Ein abgeschlossenes Studium von einer anerkannten muslimischen Universität. Jahre des Opferns und des Wissens und auch des Segens, Alhamdulillah. Und unsere Gemeinde hat das, hat nicht die Strukturen geschaffen für, für solche Perlen. Und jetzt geht er seine Arbeitskraft dort anbieten, wo er seinen Lebensunterhalt bestreiten kann für seine Familie. Was ganz normal und ganz natürlich ist, ja? Weil er auch nicht der Typ dafür ist, andere, andere für ihn nicht, für uns nicht gehbare Alternativen einzuschlagen, ja? Wo ist unser Beitrag für die muslimische Gemeinde? Wo tun wir regelmäßig unsere Zeit reinstecken? Unser Herz reinstecken, wie der Hadith sagt, ihre Herzen sind in der Moschee aufgehangen. Kein Mensch kann ohne Herz leben. Im Sinne von, sie fühlen mit der Moschee, sie sind immer mit der Moschee verbunden, auch wenn ihr Körper außerhalb dessen ist, das zentralste Organ dieser Person ist, mit der Moschee verbunden. Wie ich schreibe gerade von dem Hadith, die sieben Gruppen, die am Tage des Gerichts einen Schatten von Allah Ta'ala's Thron bekommen werden, an dem Tag, an dem niemand anderes einen Schatten bekommen werden. Und eine von diesen sieben Gruppen, diejenigen, deren Herzen mit der Moschee oder deren Herzen in der Moschee gehangen haben, mit der Moschee verknüpft gewesen sind. Ibrahim a.s. und Ismail, sie haben einen Beitrag für die muslimische Ummah geleistet. Sie haben einen Beitrag für die muslimische Ummah geleistet und haben wortwörtlich etwas hinterlassen. Der nächste Punkt, liebe Geschwister, die Einbeziehung anderer. Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. Ich schätze, ich schätze, es ist nur eine Vermutung, mag zurückgewiesen sein, hilft mir beim Denken. Ich schätze, dass Ismail rein von der praktischen Arbeit a.s. a.s. Er war ein Junge, er war jetzt kein ausgewachsener Mann, er war ein Junge immer noch gewesen. Vom praktischen Nutzen her, vom rein technischen, materiellen Nutzen, versteht mich richtig, war er eine Hilfe, aber keine Säule der Arbeit. Versteht ihr? Also ohne ihn wäre es, glaube ich, auch gegangen. Warum haben sie also zusammen daran gearbeitet? Warum hat er Ismail a.s. nicht anders beschäftigt? Ja? Gebete, Lesung der Heiligen Schrift, Gott gedenken, irgendetwas anderes. Aber nein, die arbeiten zusammen, weil da nämlich die Lektion drin liegt. Die Einbeziehung anderer und zuallererst natürlich der Familienmitglieder. Und unsere Herausforderung ist, dass wir teilweise Moscheen haben, die Generationsmoscheen sind. Wir haben eine Moschee, dort gehen die Rentner hin. Wir haben eine andere Moschee, dort gehen eher die Jugendlichen hin. Ja? Aber wo ist eine Mehrgenerationen-Moschee? Ja? Wo man seine Eltern mit hinnimmt, wo man die Enkelkinder mit hinnimmt. Es geht darum, dass man, unabhängig jetzt auch von der Moscheearbeit, dass man gemeinsam mit der Familie Allah ta'ala dient. Ich habe im Buch von Imam As-Sujuti, Entschuldigung, Radi Ayaud gelesen, As-Shifa, seine Biografie vom Propheten Muhammad s.a.w., dass der Prophet Muhammad s.a.w. es richtig herum gelesen hat. Ja? Das heißt, seine Zeit wurde in drei Teile eingeteilt. Nämlich Allah, ja? Wir fangen von rechts nach links. Ich gehe jetzt mal von rechts nach links von meiner Seite aus. Also Allah, für euch jetzt dann da, weil dort für euch rechts ist das, also Allah. Dann seine Familie und dann die Zeit für sich selbst. Und von dieser Zeit, sagt Radi Ayaud, Rahimahullah, hat der Prophet Muhammad s.a.w. auch die Zeit für andere Menschen genommen. Das war ein wichtiger Zusatz. Und bei uns ist es meistens umgekehrt. Ja? Weil wir auch von links nach rechts lesen. Ja? Ich zuerst und meine Freunde und andere Menschen. Und dann, was sich nicht vermeiden lässt, das verbringe ich mit der Familie. Ja? Äh, an Zeit. Und dann, ja, manchmal ist für die Religion gar keine Zeit. Kennt ihr diese Menschen, die sagen, ja, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit zum Beten. Ich habe keine Zeit für die Moschee. Ich bin zu beschäftigt hier und links und rechts. Ja? Subhanallah, wer war beschäftigt als der Prophet Muhammad s.a.w. niemand? Ja? Trotzdem hat er die meiste Zeit für Allah ta'ala gehabt. Und trotzdem hat kein Familienmitglied im negativen Sinne ein Bedürfnis nach ihm gehabt. Im Sinne von, oh, er fand da, nein, nein, nein. Jeder hat sein Recht und mehr bekommen. Ja? Sodass er zufrieden war. Es wird bei ihm überliefert, dass jede Person dachte, von ihm bevorzugt worden zu sein. Oh, mashallah, so, ja. Mich gewöhnt er sich ganz gut. Jeder hat dieses Gefühl gehabt. Ja? Wie konnte jeder dieses Gefühl haben? Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam. Deswegen, weil er der Gesandte Allahs ist. Und dann hat er, ja, er hat seine religiösen Pflichten und Leidenschaften erfüllt. Er hat sich seiner Familie gewidmet. Und dann gab es Zeit für ihn und die teilte er auch mit, äh, mit den Menschen auf. Das heißt, Ibrahim alayhi wa sallam, er arbeitete mit Ismail. Er arbeitete mit Ismail. Wir brauchen also diese Mehrgenerationen, diesen Mehrgenerationen Zusammenhalt, liebe Geschwister, auf dem Weg Allahs. Unabhängig davon, ob man jetzt dies auf dem Weg zur, innerhalb der Moschee leistet oder in anderen Ibadat oder in Aktivitäten, aber dass wir diesen Mehrgenerationszusammenhalt haben. Und dann arbeiteten sie nicht nur an der Kaaba, sondern auch an ihrem Charakter. An ihrer Demut arbeiteten sie. Und das ist in diesem Vers drin. Auch wenn es nicht in den Buchstaben des Verses drin ist, aber es ist im Geist, in der Bedeutung dieses Vers drin. Und ich sage euch, was mein Beleg ist. Mein Beleg ist, dass sie am Ende drum bitten, oh Allah, nimm von uns an. Sie haben das Werk der menschlichen Geschichte gerade gebaut. Kennt ihr diesen Ausdruck? Jetzt haben wir Geschichte geschrieben. Ja? Irgendjemand schneidet ein rotes Band durch und es gibt Applaus und Schnittchen und Orangensaft und Mineralwasser. Wir haben gerade Geschichte geschrieben. Und irgendein Sportler, irgendein Rekord, eine Millisekunde mehr. Er hat Geschichte geschrieben. Ja? Das Beste aller Zeiten. Kennt ihr diesen Spruch? Als ob man schon die Zukunft mit einbeziehen kann. Ja? Das ist das Beste aller Zeiten. Ja? Und Subhanallah, diese beiden Menschen haben tatsächlich das Bauwerk, das beste Bauwerk aller Zeiten errichtet. Könnt ihr euch vorstellen? Und dann, was kommt aus ihren Mündern? Und es kommt nur das aus den Mündern, was in den Herzen ist? Oh Allah, nimm von uns an. Das heißt, parallel haben sie an ihrem Charakter gearbeitet. Und viertens, sie haben ein Bittgebet gesprochen. Und tut das nicht miteinander verwechseln, weil demütig sind sehr viele Menschen. Es gibt auch sehr viele atheistische Menschen, die Großes vollbracht haben in verschiedenen Disziplinen. Und sie sagen immer, nein, nein, das ist der Dank für den und den und den und den und ich habe Glück gehabt, etc. Das sind sehr demütige Menschen. Ja, man sieht ihnen ihren Erfolg nicht an, sie lassen es nicht raushängen. Die sind auch demütig. Aber nicht jeder Demütige spricht auch ein Bittgebet. Nicht jeder Demütige verbindet sich auch mit Allah. Und das Bittgebet ist ein eigenständiger Gottesdienst, liebe Geschwister. Ihr könnt nicht demütig sein und sagen, ich bin in einer Beziehung zu Allah. Ja, nein. Sei demütig und pflege bewusst diese Beziehung durch ein Bittgebet. Das heißt, wir tun etwas für die Gemeinde und hinterlassen etwas für Ibrahim und Ismail. Ismail, Aleyhim, Aleyhim, Aleyhim Aleyhim As-Salam. Und wir beziehen andere mit ein und zuallererst denken wir dabei an unsere Familienmitglieder. Ja, weil Allah Ta'ala dies im Buch, in seinem Buch so festgehalten hat, dass die Blutsverwandten einander näher stehen, in Verantwortung. Und drittens, wir arbeiten parallel in unserem Charakter und viertens, wir dienen Allah Ta'ala in gottesdienstlichen Handlungen. Das heißt, die Ebene des Schaffens, des Machens, die Ebene der Charakterbildung, die Ebene des Herzens, dass man Allah Ta'ala dient in Bittgebeten und dass man andere an die Hand nimmt und zusammen auf Allah Ta'alas Weg aktiv ist. Das können wir mitnehmen. Allah Ta'ala sagt im Koran Und es ist das Recht Allahs, dass die Pilgerfahrt zu ihm vollzogen wird, für denjenigen, der dazu imstande ist. Für denjenigen, der dazu imstande ist. Das heißt, gesundheitlich, finanziell und zeitlich betrachtet. Und Allah Ta'ala sagt auch im Koran Und vollzieht die Hajj und die Umrah für Allah. Und die schafiitische Rechtsschule zusammen mit der hanbalitischen Rechtsschule ist auch der Auffassung, dass die Umrah eine eigenständige Pflicht ist. Das heißt, derjenige, der die Hajj vollzogen hat, ohne Umrah gleichzeitig zu vollziehen, muss doch mal zurückkehren und auch Umrah vollziehen. Ansonsten hätte er diesen Vers wieder gehandelt und den Vollzug der Umrah unterlassen. Die Mehrheit der Gelehrten, liebe Geschwister, sagt, und das ist auch die Auffassung, die einen vom Herzen her zufrieden stellt, wenn man weiß, wie das Leben verläuft. Auf einmal kommen Verpflichtungen, auf einmal hat man gewisse Möglichkeiten nicht mehr. Die Mehrheit der Gelehrten vertritt also, dass derjenige, der zeitlich, finanziell und situativ dazu in der Lage ist, die Pilgerfahrt zu verrichten, sie auch nicht aufschieben darf. Und dieses Aufschieben wäre ansonsten eine Sünde. Jetzt müssen wir uns fragen, arbeiten wir überhaupt darauf hin? Wir alle haben irgendwie eine Art Spardose. Kein Sparschwein, Spardose. Und wir sparen irgendwie für Reisen. Jeder Mensch hat so seine Träume, wir wollen irgendwo hin. Das kriegen wir mit. Reisen ist ein Luxusgut. Reisen bildet und Reisen entwickelt die Persönlichkeit etc. Und jetzt frage ich uns alle und mich zuerst, ist Mekka unser Mekka? Was meine ich damit? Kennt ihr diesen Spruch, das Mekka von? Das Fußball-Mekka, das Basketball-Mekka, das So-und-so-Mekka, das Auto-Mekka, das, ja? Ja, googelt man einfach das Mekka von. Und subhanali, ihr werdet sehen, dass die Nicht-Muslime, nicht die Muslime, ja, weil die Muslime würden gar keinen Vergleich zulassen nach dem Motto, wie, das ist doch, Mekka kann man nicht mit, ja, XYZ vergleichen. Die Nicht-Muslime nehmen Mekka als Maßstab und sagen, ja, das ist unser Mekka. Ja? Und jetzt frage ich mich, ist denn unser Mekka auch unser Mekka oder haben wir anderes im Kopf? Oh, einmal Fußball-Weltmeisterschaft, Finale, gleich mal gucken, wann ist das nächste Finale, wo ist das Finale, habe ich da frei, gleich in den Kalender schreiben, es gibt noch kein Kalender für 2000 irgendwas, okay, irgendwie, da will ich unbedingt hin, hoffentlich, hoffentlich. Oder sind wir auch so begeistert, ja, ist unser Mekka auch unser Mekka, sind wir genauso auch begeistert für diese Fahrt? Da sollen wir, liebe Geschwister, Vorbereitungen treffen und seien sie im Herzen und seien diese Vorbereitungen im Herzen, dass man sich hinsehend, hinwünscht, sich vorstellt, oh, wie wird das sein, wenn ich dann mit diesen beiden Tüchern unterwegs bin und dann ruhig mal so zwei Tücher schon kaufen, ja, und dann sich darin bewegen, Sehnsucht verspüren. Wer von uns Männern ist nicht schon mal mit irgendeinem Trikot, Fußball, Basketball, sonst irgendwas, so ein bisschen zu Hause rumgelaufen, ja, und sei es, dass wir klein gewesen sind, vielleicht machen es einige noch, während sie groß sind, ja, Allahu Alam, ja, wie alle, oder? Kann irgendjemand auch schon sagen, nein, ich habe sowas noch nie gemacht, ja, gut, dann den würde ich gerne kennenlernen, weil das ist ein besonderer Mensch, ja, der ist, Subhanallah, ja, will ich ein Autogramm haben, sozusagen. Wir alle haben das, diese Sehnsucht ausgelebt. Lasst uns diese Sehnsucht in unserem Herzen tragen, denn diese Einladung, ist ein Hadith, wo der Prophet sagt, er, sallallahu alayhi wa sallam, dass die Pilger dujufu al-Rahman sind, die Eingeladenen von al-Rahman, die Gäste von al-Rahman. Und warum sollte al-Rahman uns einladen, liebe Geschwister, wenn wir keine Sehnsucht haben? Laden wir gerne Menschen zu uns nach Hause ein, wenn wir wissen, die haben eine Abneigung? Nein. Wir wollen diejenigen einladen, die dann auch gerne kommen wollen, ja. Lass uns diese innere Bereitschaft im Herzen bereits spüren, Allahumma amin. Der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, nicht wurde Mekka von den Menschen geheiligt, sondern Allah heiligte Mekka. Ja, deswegen ist die Übersetzung falsch, ich habe es gerade im Internet gelesen, Mekka, die Ehrwürdige. Ja. Jain. Mukarram bedeutet, es gibt einen Mukarrim, nämlich jemand, der das geehrt hat. Mekka ist die geehrte Stadt, von Allah geehrte Stadt. Ja. Allah ehrte diese Stadt. Nicht die Menschen sind es, die sagen, das ist eine ehrwürdige Stadt. Nein, Allah ehrte bereits diese Stadt, dieses Gebiet. Allah ta'ala sagt im Koran, Allah. 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 Sein Schuss Die Zeit der Pilgerfahrt sind bekannte Monate. Wer in ihnen die Durchführung der Pilgerfahrt beschlossen hat, der darf keinen Beischlaf oder das haben, was zum Beischlaf führt oder über den Beischlaf sprechen. Keinen Frevel, also keine Sünde begehen, also mal Abstand von Sex, diese ganze Sache mal, alles was damit zu tun hat, irgendwie ausschalten, soweit es geht. Zumindest nicht darüber sprechen. Keine weiteren Sünden begehen und keine Diskussionen führen. Unser Muskel, der Zungenmuskel wird niemals müde, dummerweise. Gerne wäre es mal gut, wenn er eine Muskelkarte hätte, dass ich sage, zu viel gesprochen, lieber das nächste Mal ein bisschen uns zügeln. Gibt es leider nicht, es gibt keine Muskelkarte in der Zunge. Aber dass wir da mal keine Diskussionen führen. Und was ihr in Gutem tut, Allah weiß es und versorgt euch mit Reisevorrat. Es gab eine Gruppe von Menschen, die hatten mit der Dunja nichts zu tun gehabt, waren glaube ich drei, vier Leute. Und sie begaben sich in einer Karawane auf dem Weg zur Hajj. Ohne Gepäck, einfach so. Dann hieß es, was ist mit euch los, wo ist euer Reisevorrat? Und sie sagten, wir vertrauen auf Allah. Dann hieß es, ihr lügt. Wenn ihr auf Allah vertrauen würdet, dann werdet ihr alleine losgebrochen zur Pilgerfahrt. Aber warum seid ihr in die Reisekarawane gekommen, damit ihr von ihr Essen, Trinken, Medizin, etc. etc. ausgestattet bekommt? Das heißt, wo sind unsere Vorbereitungen? Die Hajj erzieht uns dazu, uns vorbereiten zu können. Und dann sagt Allah Ta'ala, aber die beste Vorbereitung ist Gottesfurcht. Dass wir das auch mit einpacken. Weil es gibt den typisch materiellen Typen, der sagt, ich mache all meine Vorbereitungen, ich gucke mir die ganzen Checklisten durch, alles ist mit dabei, doppelt und dreifach versorgt, aber dann vertraut er nicht auf Allah. Und dann gibt es jemanden, der meint auf Allah Ta'ala zu vertrauen, sagt, oh Allah, und er bittet und er bittet und er macht Ibadat, aber er trifft keine Vorbereitungen. Und hier, beides geht miteinander einher. Du bist in der Dunja fest verankert und dann hast du darüber hinaus noch Gottesfurcht. Und fürchtet mich, oh ihr Verständigen. Es ist für euch keine Sünde, dass ihr nach der Huld von eurem Herrn trachtet. Im Sinne, dass ihr dort auch Handel treibt. Das ist keine Sünde. Ihr könnt kaufen, verkaufen, alles im erlaubten Rahmen, Allah sagt, das ist keine Sünde. Doch wenn ihr von Arafat her geströmt seid, dann gedenkt Allahs bei der geschützten Kultstätte. Und gedenkt seiner, wie er euch recht geleitet hat, obwohl ihr vor dem wahrlich zu den Irregehenden gehörtet. Das ist eine sehr wichtige Übung, liebe Geschwister. Gerade für Menschen, die lange im Islam sind. Weil irgendwann schleicht sich ein, was, der hat diese Sünde gemacht? Wie konnte dem das passieren? Auzubillah, der hat vom Islam nichts verstanden. Ah, guck mal den, was der macht, guck mal die. Auzubillah, Auzubillah. Ganz nackt, Auzubillah. Und er denkt, wie geht das? Hier sagt Allah, gedenke, dass du recht geleitet wurdest und zuvor genauso wie diejenigen, wie alle anderen Menschen warst, im Sinne von irregeleitet. Dass du zuvor irregeleitet warst. Nicht auf dem richtigen Weg. Das ist wichtig. Weil dann erkennen wir erst die Gnade von Allah. Und dann erst kriegen wir den Hochmut aus unserem Herzen raus. Und beides ermöglicht uns dann, dass wir auch zu Allah Ta'ala einladen mit einem reinen Herzen. Und der Mensch spürt, oh, der will mir nur Gutes. Der will mich nicht irgendwie erniedrigen, ja, indem er mich kritisiert und schlecht macht, damit er sich danach besser fühlen kann. Sondern er will mir nur das Gute. Eine wichtige Übung, mitten in den Pflichten der Hajj im Koran erwähnt. Und für diejenigen, die sich bald auf den Weg machen werden oder schon vorgenommen haben, ich gebe euch fünf Ratschläge. Das erste ist, erwartet dort nichts. Weil, ich rede offen, teilweise werdet ihr den schlechtesten Service, was Gastronomie und Hotellerie etc. erwartet. Gerade dort erleben. Und ich sage euch einen einfachen Grund. Diese beiden Städte sind konkurrenzlos. Und man muss dorthin. Versteht ihr? Wir müssen dorthin. Jedes andere Urlaubsziel auf Erden steht in Konkurrenz mit den anderen Urlaubszielen. Und dann will man die Kunden, die Klienten, die Besucher gewinnen durch Service. Aber dort, so oder so, werden immer mehr kommen. Ja? Das macht es ein bisschen schwer. Deswegen erwartet dort nichts. Erwartet nichts. Erwartet eher Schwierigkeiten, weil wir sind dort hingekommen als sündhafte Menschen. Und damit wir einen großen Lohn bekommen und viel von unseren Sünden vergeben bekommen, müssen wir ein bisschen Stress durchmachen. Dann, wenn euch irgendetwas nicht passt, was die Reiseorganisation anbelangt, schreibt es auf. Aber redet nicht darüber. Und schreibt es auf, dass euch niemand dabei sieht, wie ihr das tut. Ja? Schreibt es auf. Zweiter Ratschlag. Dritter Ratschlag. Redet nicht darüber. Selbst. Warum? Ihr verdirbt anderen die Reise damit. Ihr bringt sie erst auf Ideen. Kennt ihr das hier erst in Essen? Und dann fängt auf einmal irgendjemand an. Oh, das schmeckt aber so und so. Ja, schmeckt wirklich nicht gut. Und dafür haben wir so und so viel Geld bezahlt. Was ist denn hier los? Hätte er nichts gesagt, hätten wir vielleicht gar nicht drüber nachgedacht. Oder hätte er das Essen gelobt? Hätte er gesagt, ja wirklich, ja, mashaAllah, ja, gesund. Und, ja, wenn andere drüber sprechen, versucht ihr ihn liebevoll, den Mund zu schließen. Ja? Lenkt vom Thema ab oder sagt bitte, wie auch immer, ja. Damit die Stimmung in der Reise da ist. Und dann, wenn ihr zurück seid, packt ihr aus, dann geht ihr zum Reiseveranstalter und sagt, so, du hast mir das versprochen, drei Sterne und ich habe bekommen drei Kakerlacken. Ja? So, ich möchte jetzt von dir 30 Euro oder sonst irgendwas. Ja? Wichtig, warum? Weil viele handeln diesem Vers zuwider. Walajidala filhaj. Keine Diskussion. Und was passiert? Ja, warum haben die da den Turm so hoch gebaut? Das passt mir gar nicht. Ja? Und deswegen bist du dort hingekommen, um das zu sagen? Warum konntest du das nicht vorher sagen oder nachher sagen, wenn du es überhaupt sagen musst? Änderst du irgendwas da dran? Denkst du, der Turm wird irgendwie ein bisschen kleiner? Ja? Du widersprichst diesem Vers, ja? Wenn du diese Diskussion anzettelst. Und ohne die Gnade von Allah wäre keiner von euch jemals rein geworden. Keiner von uns sollte irgendwie denken, er wäre irgendetwas oder sie wäre irgendetwas besonderes, heiliges, reines. Nein. Keiner von uns wäre jemals rein geworden, außer durch die Gnade Allah, wie es hier heißt. Sondern Allah ist es, der reinigt. Er ist, ja, ein Musaqi in dem Sinne. Ja? Und zwar denjenigen, den er will. Und Allah ist hörend und wissend. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Liebe Geschwister, wenn wir diese Anweisungen vom Koran befolgen, versprach der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, also keine Sünde begangen haben, keine Diskussion, nicht über Sex geredet haben, etc. Ja? Dann kehren wir zurück so sündenfrei, wie eine Mutter ihr Kind gebührt. Ja? Das Kind ist sündenfrei. Ja? Also sündenfrei werden wir dann vor Allah Ta'ala stehen dürfen. Und manche Gelehrte und Nahestehende sagen, das ist die erste Sünde, die man nach der Hajj begeht, zu denken, dass Allah einem nicht vergeben hat oder daran zu zweifeln. So hat Allah mir vergeben? Das war dann schon die erste Sünde, ja, nachdem man sündenfrei geworden ist. Liebe Geschwister, aufgrund der Zeit möchte ich eine, ach Subhanallah, ich will eigentlich nichts weglassen. Allah Ta'ala sagt im Koran, Das erste Gotteshaus, was für die Menschen gegründet wurde, ist das in, habt ihr Makkah gehört, oder? Bakkah gehört. Allah sagt Bakkah im Koran. Was ist Bakkah? Ibn Kathir sagt, Bakkah kommt von Bukkah, denn dort wird geweint. Und man kann sich nicht erklären, warum. Und Subhanallah, jeder macht das durch dort. Und ohne, dass man das großartig erklären kann, es gibt vielleicht hier und da ein paar Anlassgedanken, aber nicht, dass das so schwerwiegend wäre unbedingt, aber es ist ein Ort, der berührt die Menschen. Geh dorthin und du findest deine, du bist dort als Seele und wirst mit deiner Seele dort berührt. Dieser Ort berührt dich. Verschiedene Anlässe. Es muss nicht dort oder dort oder bei der Kaaba oder beim Propheten Mohammeds sein, ja. Es gibt dort Momente, die treffen einen tief, im positiven Sinne. Sie berühren einen und dann fängt man an zu weinen. Und das ist der Grund, warum Makkah auch von Allah Ta'ala Bakkah genannt wurde. Laut Ibn Kathir und es gibt andere Erklärungen noch. Und auch sprachlich, weil man sich da rumherum versammelt. Und wenn ihr merkt, wenn ihr seht, wie aus einer kreisenden Masse eine Masse von Kreisen wird zum Gebet. Das ist besonders. Erst kreisen alle und dann auf einmal fängt es an, dass ein Kreis sich nach dem anderen von der Mitte nach außen entwickelt. Da muss man dabei sein. In dem Moment organisiert man sich auf eine Art, weil man kann nicht mit allen sprechen, wie die Bienen, wie die Ameisen, die positiv im Koran erwähnt sind. Alles natürlich. Als ob wir nur eine Zelle wären, jeder einzelne von diesem großen Körper, den der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, Umma genannt hat. Ja und wer hätte gedacht, liebe Geschwister, damals, die Römer haben sich für Makkah nicht interessiert. Und die Perser haben sich für Makkah nicht interessiert. Und schaut, was Makkah geworden ist. Und Ibrahim, aleyhis salam, zuvor schon, er bat darum, dass dies der Ort sein wird, an dem Allah ta'ala die Menschen hinführt und mit Früchten versorgt und zu einer sicheren Pilgerstätte macht. Und all diese Bittgebete von Ibrahim, aleyhis salam, sind im Koran erwähnt. Leider ist die Zeit etwas drängend. Und wir sind die Erfüllung dieser Prophezeiung. Deswegen nehmt diese Reise auf euch und ihr werdet eine Art Iman spüren, wie nie zuvor. Warum? Weil der Prophet sagt, dass es etwas anderes ist, eine Sache selbst zu sehen, als nur von ihr gehört zu haben. Ja und dann steht ihr dort vom Grab des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wassalam, vom Grab Abu Bakr sallallahu alaihi wassalam, vom Grab Abu Bakr sallallahu alaihi wassalam. Allah möge mit beiden zufrieden sein und von den großen, geehrten Propheten, Gefährten und Gelehrten, Imam Malik. Und ihr seht diese historische Städte auch. Und es überwältigt einen. Nehmt euch vor, Maka zu besuchen und sei es nicht für die große Pilgerfahrt, dann für eine kleine Pilgerfahrt, die man schon für wenige 100 Euro, alhamdulillah, bekommt. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Rahim, ja Mujib, oh Allah, wir bitten dich mit all deinen Namen, bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wassalam und seine Familienangehörigen und seine Gefolgsleute. Oh Allah, für alle Unterdrückten und Bekriegten und Gefangenen und Gefolterten und Kranken und Verzweifelten, bitte, oh Allah, erleichtere ihnen ihre Lage. Bitte schenke ihnen Erlösung von dir und einen Ausweg von dir und lasse uns ein Instrument deiner Gnadenerweisung sein. Allahumma, amin. Oh Allah, bitte befreie die Menschen von Besatzung. Bitte befreie, oh Allah, unsere Geschwister in Palästina von der Besatzung und von überall, oh Allah. Allahumma, amin. Oh Allah, bitte gib uns Gutes im Diesseits und Gutes im Jenseits und bitte lass uns die Liebe zum Gebet in dieser Welt bekommen und einen sicheren Lebensunterhalt, oh Allah, der uns vom Haram bewahrt und der uns ermöglicht, viel Gutes zu tun, oh Allah. Gib uns, oh Allah, die Welt in unserer Tasche und nicht in unserem Herzen, oh Allah. Nimm sie aus unserem Herzen und sei es, dass sie sie nicht in der Tasche haben, oh Allah, aber lasse sie uns niemals im Herzen tragen. Allahumma, amin. Oh Allah, bitte schweiße uns als Ummah zusammen, bitte führe die Herzen zueinander, bitte schenke uns Versöhnung in unserer Gemeinde, in unseren Familien, bitte segne unsere Kinder, bitte verheirate die Unverheirateten unter uns, oh Allah, Allahumma, amin. Und bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam von dir gebeten hat und schenke uns Zuflucht vor allem, wo auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Oh Allah, bitte lass uns Mekka sehen, bitte lade uns ein, lass uns auf der Gästeliste, oh Allah, des nächsten Jahres sein, wenn wir nicht in diesem Jahr uns bereits dorthin begeben dürfen, oh Allah. Lass uns deine Gäste dort sein, oh Allahumma, amin. Lass uns zurückkehren und das Licht Mekkas hier in unserer Welt verbreiten, oh Allah, du bist barmherzig, bitte segne den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und seine Gefolgsleute und lass uns zu den Letzteren zählen, amin, amin, amin.